Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und ich freue mich, dass Du da bist. Es geht um die Impulse Winter, also jetzt konkret noch Februar und März. Es geht um neue Aktivierungen, um das Erdmagnetfeld, um Feuer und Wut als neue Kraft und Dich jetzt wirklich richtig auszurichten. Ich habe bereits im November geschrieben und gesprochen im Podcast, dass wir gerade eine sehr, sehr spezielle Zeitqualität erleben, die wie so ein Turn ist, so ein Umkehrpunkt, was praktisch aus einem Minus ein Plus macht, also eine ganz neue Phase einleitet. Und diese Phase hat sich jetzt bis in den Ende Januar, Anfang Februar auch reingezogen. Und jetzt verändert sich was, deswegen melde ich mich auch wieder. Vielleicht hast Du diese besondere Art von Ruhe auch gespürt, so eine seltsame Stille, die Innen und Außen nicht unbedingt zusammenbringen muss. Vielleicht hast Du Dich innerlich ruhig gefühlt, während äußerlich sehr viel passiert ist scheinbar oder auch umgekehrt. Umgekehrt und ich sage ja immer, das Innere ist eigentlich der perfekte Spiegel für das Außen und umgekehrt. Und in dieser Phase konnte das tatsächlich zeitverzögert ein bisschen anders sein, dass Du also wirklich auch eine innere Unruhe zum Beispiel verspüren kannst, obwohl im Außen scheinbar gar nichts geschieht oder eben gerade umgekehrt, wie ich es gesagt habe. Ja, und diese Stille, diese seltsame Phase, die wir da erlebt haben, die leitet einen totalen Neubeginn ein, der jetzt kommt. Es war entgegen vieler Meldungen die letzten zwei Monate so, dass ich diese Monate als ruhig vorausgesehen habe. Es gab ja immer wieder Meldungen, dass noch irgendwas im Dezember passiert oder dann verschoben auf den Januar da noch was passieren soll. Ich weiß nicht, wie Du es empfunden hast, aber für mich ist nicht viel passiert, weder innerlich noch äußerlich. Natürlich ist immer irgendwo was los, sowohl auf der Weltenbühne als auch in den kleineren Feldern des individuellen Lebens. Aber was ich gefühlt habe, war eher diese Ruhe, ja teilweise fast schon ein Stillstand. Und jetzt, Anfang Februar, mitten im Winter, spüre ich, dass diese spezielle Zeitqualität beginnt, sich zu verändern. Und mein erster Blick, wenn ich auch diese Podcasts mache, mich einstimme auf das Weltgeschehen, ist immer so vergleichbar, wie als würde ich auf die Erde schauen, mit so Wärme- und Kältezonen. Vielleicht kennst Du das von Bildern. Es zeigen sich dann unterschiedliche Farben und Formen und irgendwo zieht es mich hin. Und je näher ich dann irgendwo hin zoome, um genauere Informationen kommen dann über meine Hellsinne. Also es sind manchmal Bilder, manchmal Gefühle, manchmal ist es ein Wissen. Das ist also nicht ein Lesen wie in einem Buch, so, das kommt jetzt auf uns zu, sondern es ist immer ein Potpourri aus vielen Eindrücken, die ich dann in eine Form bringe, damit ich sie deuten kann. Und was da gleich auf den ersten Blick so kam, war, also und zwar überall auf der Welt, ist, dass sich viele Menschen anders fühlen und etwas verändern. Also es war, wie wenn ganz viele Menschen aufstehen und in eine neue Richtung blicken oder ihre Körperhaltung verändern oder losmarschieren in eine Richtung, die sie vorher gar nicht gesehen haben. Also da kam Bewegung rein. Ihr Leben hat sich verändert, ihr Umfeld hat sich verändert, sie selbst haben sich verändert. Und teilweise kommen diese Veränderungen durch bewusste eigene Entscheidungen, teilweise geschehen sie, aber natürlich auch scheinbar einfach so. Natürlich ist nie etwas scheinbar einfach so. Wir sind ja eingebettet in gigantische kosmische Prozesse, die hier für uns alle stattfinden. Aber ohne bewusstes Zutun, sagen wir mal so. Vielleicht fühlst du auch diese Veränderung in deinem Leben und ich möchte dir jetzt mit den kommenden Informationen, die ich wieder so ein bisschen unterteilt habe für dich, möchte ich dich einfach einladen, dich und die Welt um dich herum, all das, was gerade so geschieht, ein bisschen bewusster wahrzunehmen und zu verstehen und auch dich selbst da ganz bewusst auszurichten. Weil letztlich geht es darum, das Leben zu führen, was du wirklich führen möchtest. Bewusst, selbstbestimmt und in Liebe. Und ja, lass uns gemeinsam auf all diese Veränderungen blicken und auch auf das Kommende, das ich aktuell im Feld wahrnehmen kann. Punkt 1 ist Feuer als Lebenskraft. An manchen Orten und bei manchen Menschen kommt Veränderung jetzt zuerst in Form von Feuer ins Spiel, also ins Leben. Feuer als eines der vier Grundelemente der Existenz steht im erlösten Zustand, also im Positiven für Wärme, Geborgenheit, Licht, Führung, auch Erleuchtung, Wandel und Neubeginn. Feuer in uns, das ist unser inneres Feuer, wofür wir brennen, was uns antreibt. Es ist unser Charisma, ja das, wofür wir brennen, wofür wir losgehen wollen. Und ja, wenn dieses Feuer eben klar und erlöst ist, dann brennt es genau so, wie wir es brauchen und es treibt uns an mit einer wundervollen Lebenskraft in die richtige Richtung. Aber wenn dieses Feuer noch nicht erlöst ist, wenn noch alte Emotionen und Traumen da wirken, dann kann dieses Feuer auch seine zerstörerische Kraft entfalten und irgendwas mit aller Kraft niederbrennen, zerstören und es kann unkontrollierbar sein und auch, ja, explodieren. Und das zeigt sich eben dann in Form von Wut oft und Zorn und Zerstörungswahn und Schreien und Brüllen und ja, unkontrollierte Entscheidungen auch treffen. Und natürlich ist auch das eine Form von Erlösung, aber es muss nicht so sein. Wir können auch einen anderen Weg wählen, uns diese Lebenskraft wieder zur Verfügung zu stellen. Vielleicht mal ein kleines Beispiel. Wie du vielleicht weißt, bin ich zurzeit in Kapstadt und ich durfte vor ein paar Wochen hier Zeuge eines großen Feuers sein. Das Interessante daran war, dass ich zwei Tage vorher schon eine ganz, ganz starke Wut gespürt habe. Also zuerst habe ich die in mir gespürt und habe mich gefragt, warum bin ich denn so wütend? Wo kommt denn das her? Und dann habe ich aber gemerkt, dass es nicht meine Wut ist, sondern dass ich hier im kollektiven Feld wahrnehmen darf, was gerade los ist. Und da war eine unglaubliche Wut da. Und dann auf einmal hat es ganz nahe auch bei unserem Wohngebiet gebrannt. Und es war wirklich ein großes Feuer, ein starkes Feuer. Und viele Menschen sind mit uns zusammen in der Nacht draußen gestanden, auf ihren Balkonen, in ihren Gärten, auf den Straßen, um zu beobachten, wie sich das entwickelt und ob man evakuieren muss oder ob die Feuerwehrleute das wieder in den Griff bekommen und so weiter. Und ich habe mich dann an diese Wut erinnert, die zuvor war. Und die war auf einmal gar nicht mehr spürbar. Sie war weg. Sie hat sich entladen in diesem Feuer, also im Außen, in Anführungszeichen. Und in dem Moment wusste ich, dass wir hier nur ein Symptom sehen, dessen Ursache jetzt auch mit unserer Hilfe transformiert werden darf. Und bei dieser Transformation durfte ich dann schön mitwirken und es ging alles gut aus. Das Feuer hat sich in die richtige Richtung noch ein Stück weiter fortgesetzt. Also dorthin, wo niemand zu Schaden kommen konnte und ist dann schön ausgegangen. Also viele haben auch gesagt, es war für sie beeindruckend, wie schnell dieses Feuer ausgegangen ist, weil davon eigentlich nicht auszugehen war. Ja, und wenn ich von hier aus, von Kapstadt aus nach Europa blicke, vor allem in den deutschsprachigen Raum, dann nehme ich seit ein paar Tagen diese Aufheizung wahr, also diese Wut. Und das ist eine Wut, die sich jetzt neu zeigt, aber deren Wurzeln alt sind. Und jeder, der sich in irgendeiner Weise jetzt mit dieser Energie verbunden fühlt, das betrifft ja nie alle. Manche sagen auch, nö, habe ich gar nichts mit zu tun. Aber jeder, der das jetzt in irgendeiner Weise fühlt, kann sie jetzt einerseits mit transformieren und dann andererseits auch das Geschenk erhalten, nämlich diese erlöste Kraft als reine Lebenskraft wieder für sich selbst und die eigenen Projekte nützen. Wut ist eine ganz starke Feuerenergie. Und diese Feuerenergie, die können wir auch als Antrieb für noch ausstehende Entscheidungen nutzen, für Aussprachen nutzen oder auch um neue Weichen zu stellen. Wenn wir die Wut nicht weiter verdrängen oder verteufeln, sondern sie erstmal in unserem Feld anerkennen als das, was sie ist, dann kommen wir langsam wieder in den Fluss, dann können wir wieder mit ihr fließen. Ich kann jetzt an dieser Stelle keine ganz ausführliche Anleitung zum Umgang mit Emotionen oder Traumen geben. Das ist einfach zu komplex und du findest das alles in meinen Theki-Seminaren, in meinem Buch und auch teilweise in anderen Podcasts, also auch zum Thema Gefühle oder Traumen, habe ich einzelne Podcasts gemacht. Aber so viel jetzt an dieser Stelle. Wenn du die Wut als Antrieb verwendest, sie umzudrehen in Mut, das ist nur ein Buchstabe, Wut in Mut umzudrehen und zwar in den Mut, deine inneren Themen ein für alle Mal jetzt zu erlösen, dann steht dir diese enorme Kraft wieder als reine Lebenskraft, als reine Liebe zur Verfügung. Weil Wut ist nichts anderes als Lebenskraft, die sich irgendwo ballt, staut, bündelt und dann irgendwann schier unerträglich wird. Aber der Wut legt immer Traurigkeit zugrunde. Und wenn du das verstehst und dich liebevoll durch diese Schichten und Schutzprogramme, die du dir selbst irgendwann mal aufgebaut hast, durchtransformierst und alles dabei auflöst, was du nicht mehr brauchst, dann bist du immer freier. Und dann fließt diese reine Lebenskraft einfach wieder, ohne sich irgendwo anzustarren und du kannst sie wieder ganz bewusst nutzen. Und die volle Kraft, die steht dir wieder zur Verfügung, was dich enorm befreien und energetisieren kann. Also du kannst da wirklich auch körperlich wieder ganz neu in deiner Kraft sein. Und im nächsten Punkt möchte ich ganz konkret auch auf das Körperliche eingehen, was jetzt auch über unsere Chakren und das Erdmagnetfeld zu spüren ist. Also durch die kosmischen und irdischen Veränderungen, über die ich schon ganz oft und auch ausführlich berichtet habe, verändern sich immer wieder unsere energetischen Ausrichtungen. Das ist grundsätzlich absolut positiv zu bewerten. Aber natürlich kann das immer wieder Aufstiegssymptome in uns erzeugen. Das habe ich auch in meinem Buch Involution ganz genau alles erklärt, auch mit Hilfen, die ich dazu anbiete. Bei ganz vielen Menschen sind jetzt gerade die unteren Chakren durcheinander. Da finden jetzt starke Reinigungs- und Neuausrichtungsprozesse statt. Also die justieren sich neu. Und das kann Beschwerden natürlich in dem Bereich der unteren Chakren auch im Körperlichen mit sich bringen. Also Darm, Verdauung, die Geschlechtsorgane, die Beine, die Hüfte, die Lendenwirbelsäule und so weiter. Aber natürlich auch in den Themen der unteren Chakren, wie jetzt zum Beispiel Urvertrauen, Sicherheit, die Mutter, die Mutterrolle, also die der Mutter, aber auch die eigene, das Versorgtsein, das Erwünschtsein, die Partnerschaft, die Sexualität. Also da hängt viel dran, was uns Stabilität gibt oder eben auch nimmt, wenn wir da jetzt nicht in der Kraft sind. Und ein ganz viel genanntes Symptom dieser Zeit ist der Schwindel, was scheinbar natürlich in den oberen Chakren geschieht, aber das liegt einfach daran, dass wir nicht gut geerdet sind und dass sich dann das ganze Energiesystem damit nicht gut einstellen kann. Und dann beginnt da oben was einfach zu rotieren. Und das Ganze liegt jetzt an mehreren Dingen. Das möchte ich dir kurz erklären. Erstens verbinden wir uns natürlich immer wieder neu mit den Energien der Erde. Wir erden uns, wir sind immer verbunden mit der Erde, aber die Erde verändert sich ja ihrerseits ständig und derzeit ganz enorm. Also das sind so enorme Veränderungsprozesse in der Erde laufender ab, dass wir uns damit eben ständig kalibrieren müssen. Und wir sind ja mit unserem ganzen Energiesystem mit den Erdlinien verbunden, mit den Erdkraftplätzen, mit allem, was da fließt, mit den Polen, die sich verschieben und so weiter. Und wenn sich da etwas ändert, dann positionieren wir uns genau dann auch schon wieder neu. Das heißt, manchmal ganz stark innerhalb von wenigen Tagen sind wir fast schon nicht mehr dieselben beziehungsweise bauen wir nicht mehr auf dieselbe Basis auf. Und da sich seit ein paar Monaten so viel ändert, ich hatte zuletzt auch noch so ein kurzes Video über die Tiere gemacht, die im Kreis laufen, da habe ich das auch erklärt mit den axiatonalen Linien, mit den Energielinien, mit den Akupunkturpunkten der Erde, die jetzt aktiviert werden und damit auch in uns. Dadurch, durch diese Veränderungen sind jetzt einfach ganz viele Menschen eingeladen, die noch nicht erlösten Themen in den unteren Chakren zu erlösen, um sich auch wieder wirklich sauber erden zu können. Und jetzt können dir folgende Schritte helfen. Erstens mit Teki die alten Themen aufarbeiten. Ganz wichtig, was zur Zeit aufpoppt, sind vor allem Felder aus Krieg, Gewalt, Flucht, Heimat, also was ist Heimat, Heimatverlust und auch Vergewaltigung. Das sind die unteren Chakren. Und wenn du das jetzt noch mit dem vorhin genannten Thema Feuer zusammenbringst, dann wird wahrscheinlich schnell klar, wie das alles zusammenhängt und wie viel Wut sich da auch noch bald in diesen Themen. Weil, weißt du, wir wirken immer individuell in unserem Feld und darüber hinaus gesehen in unserer Familienlinie, in unserer Seelenbiografie, aber eben durch diese eigenen Resonanzen, die wir haben, sind wir immer auch eingeklinkt in kollektive Felder und wirken damit natürlich auch auf diese kollektiven Felder ein. Entweder helfen wir, die zu stärken, indem wir noch voll wütend werden und unbewusst sind und das Ganze immer noch mehr nähren, was ja oft auch durch die Medien leider geschieht, dass wir dann Schuldige suchen und in die Kriegsfelder einsteigen und so weiter. Oder aber wir können das auch bewusst umdrehen und sagen, Moment, wenn ich schon in diesen Feldern eingeklinkt bin, dann kann ich da auch Transformation fließen lassen. Ich kann jetzt in mir auflösen, was mich triggert, was mich quält, was mich wütend macht, was mich noch schmerzt. Ich kann es über meine Ahnenlinie auflösen, ich kann es in anderen Inkarnationen auflösen, ich kann es aus diesem Leben auflösen, wo auch immer es eben ist und damit löse ich immer auch einen Teil und der kann erheblich sein, unterschätze das bitte nicht, im kollektiven Feld auf und dadurch inspiriere ich auch die anderen, die auch in diesen kollektiven Feldern drin sind, es auch so zu machen, weil die Information steht immer allen, die da eingeklinkt sind, zur Verfügung. Wenn du also in dir löst, was es zu lösen gibt und dann auch noch ganz bewusst in diese kollektiven Felder Liebe fließen lässt, dann bist du kein ungewollter, unbewusster Mitspieler mehr, sondern du bist wieder bewusster Schöpfer. Ja und was dir auch noch helfen kann, ist Erden, Erden, Erden. Und weil eben die Erde sich so sehr verändert, möchte ich dir nochmal die Meditation zur multidimensionalen Erdung empfehlen, die ich auch hier nochmal verlinke, die du in meinem YouTube-Kanal, aber auch jederzeit findest und die kannst du so oft du sie brauchst machen. Das kann eine Weile lang auch täglich sein, bis sich alles wieder neu eingerichtet hat. Und mit einer guten Erdung, auch mit dieser multidimensionalen Erdung, werden auch die vielen Veränderungen viel leichter von dir integriert und die vielen Informationen, die eben aus der Erde, aber auch aus dem Kosmos ständig zu uns fließen, die können wieder besser übersetzt werden, verstanden werden und dann natürlich auch positiv genutzt werden. Nichts anderes tue ich ja zum Beispiel mit diesen Podcasts auch. Ich empfange da Informationen, die ich dann übersetze und übertrage, mit denen ich selbst wirke und die ich dann auch euch zur Verfügung stelle. Wenn ich nicht bewusst empfange, dann prasselt nur ganz vieles auf mich ein. Ich bekomme vielleicht Kopfweh, bin müde, fühle mich überfordert und so weiter. Wenn ich aber ganz bewusst mich öffne für diese Infos, dann können sie eben wirklich positiv in alle Felder fließen. Also genau genommen werden unsere unteren Chakren jetzt so richtig aktiviert und das ist vergleichbar mit den Wurzeln bei einem Baum. Wenn die Wurzeln stabil sind, dann geht es weiter in die Aktivierung der höheren Chakren mit Zirbeldrüse, DNS und so weiter. Das ist auch schon alles im Gange, aber da gibt es noch ganz viele Vertiefungsebenen. Und ja, ohne starke Wurzeln kann der Baum nicht gesund und kräftig nach oben wachsen. Das wissen wir alle. Deshalb muss es so sein. Erst die Wurzeln, dann die Krone. Dieses ganze Thema auch mit Polsprung, Magnetfeld, Energieschiff, Aufstiegssymptomen, Zellupdates und so weiter. Das ist so komplex. Ich habe dazu schon mehrere Podcasts gemacht und ich weiß, dass jetzt einige neue Abonnenten in meinen Kanal hinzugekommen sind. Immer herzlich willkommen. Deshalb teile ich mit euch auch nochmals unter diesem Video die Links dieser Podcasts und Videos, in denen das ganze Thema rund um Erdmagnetfeld, Matrix, Polsprung und so weiter beleuchtet wurde. Weil das liegt den ganzen Prozessen, über die ich hier spreche, zugrunde. Und es ist einfach die Basis, dass wir überhaupt verstehen können, was hier geschieht und was wir tun können. Also deswegen möchte ich sie euch sehr empfehlen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ja, neue Projekte im März. Wenn dieser Turn geschafft ist, und das sieht im Moment danach aus, dass es schon in eine neue Richtung jetzt geht, dann kommt jetzt ganz ordentlich und für jeden spürbar Kraft. Und das nehme ich vor allem im März und auch in den folgenden Monaten wahr, dass da wirklich Rückenwind kommt. Diese Kraft kann natürlich erstmal noch bei denen, die nicht an sich arbeiten, sich auch destruktiv zeigen, weil jetzt muss irgendwie wie ein Durchbruch kommen und der kommt dann vielleicht bei manchen auch in Form einer Explosion beziehungsweise Entladung, also eher im unangenehmen Bereich und das kann sich dann natürlich in den Beziehungen zeigen, aber auch in Gefühlen, in Entscheidungen, irgendwelchen Ausbrüchen, aber natürlich auch auf der Weltenbühne, im Größeren, dann in kriegerischen Handlungen oder auch Äußerungen von Mutter Erde, wie zum Beispiel Feuern oder Vulkanausbrüchen. Aber die gute Nachricht ist ja, dass wir immer die Wahl haben. Wer bisher gut an sich gearbeitet hat, der hat wahrscheinlich gerade sowieso eine ruhige Zeit und wer noch diesen Handlungsbedarf spürt, hier und da hinzusehen, der kann sich jetzt einfach nochmal entschlossen befreien. Egal, was sich da innerlich oder äußerlich zeigt, unser Leben ist ja immer der perfekte Spiegel und da können wir auch nicht schummeln. Es gibt keine Schuldigen im Außen, es ist alles in uns und wird uns lediglich gespiegelt und auch dazu habe ich schon so oft ausführlich gesprochen. Ja, greifen wir es vielleicht in der Form nochmal auf, wenn du traurig bist, wessen Angelegenheit ist es? Wenn du wütend bist, wessen Angelegenheit ist es? Wenn du dich einsam, verlassen, ungeliebt fühlst, wessen Angelegenheit ist es? All das ist in dir, vielleicht schon seit vielen Inkarnationen. Andere, die können es lediglich sichtbar machen, dir also helfen, dass du außen siehst, was innen ist. Du hast jetzt die Chance, all das zu erlösen und wirklich frei zu sein. Wie wäre es denn, wenn dein innerer Frieden sich genau so auch im Außen zeigen würde? Ja, diejenigen, die da bereits durch sind, die merken, dass es im März so richtig losgeht mit dem Rückenwind. Also Projekte werden klarer, Tatkraft fließt hinein und auf einmal ergeben sich Gespräche, Termine, Möglichkeiten, was auch immer, was vorher irgendwie nicht da war. Die eigene Klarheit gibt die entscheidende Kraft dann, sich richtig auszurichten. Und wichtig dabei ist eben, dass alles, was du tun willst, wirklich herzbasiert ist. Also, dass du keine 3D-Ziele mehr verfolgst, sage ich mal, mit Konkurrenz und höher, schneller, weiter und Zielgruppen und viel Geld verdienen oder sonst was, sondern, dass du wirklich beginnst, das zu leben, wofür du hier inkarniert bist. Und das schließt ja gar nicht aus, dass du damit viel Geld verdienst und so, aber das sollte nicht die Motivation sein, sondern die Motivation sollte deine Freude im Herzen sein, deine wirklich ganz ehrliche Kraft, die da aus dir raus fließen will. Und ja, alles andere, das hat auch keine Kraft mehr, das bekommt keine Kraft mehr aus deiner Seele, weil die Ausrichtung, die bist du, du mit deiner Seelenkraft, mit deinem Potenzial, mit deinem inneren, erlösten und wieder kraftvoll fließenden Feuer. Wenn in dir wieder alles in die richtige Richtung läuft, dann vereint sich das mit den kraftvollen Energien, die uns jetzt auch von der Erde und vom Kosmos wieder zur Verfügung gestellt werden und es geht dann wirklich voran für dich, teilweise in sehr schnellen Schritten, wie mir gezeigt wurde. Es gibt dann noch ein paar größere Punkte, die auch zu den Energien Winter noch gehören, also Februar, März vor allem. Die sind aber jetzt so groß, dass ich beschlossen habe, dazu auch noch extra Podcasts zu machen, im Februar und März, um genügend Raum dafür zu haben und auch dir genügend Raum dafür zu geben. Also deswegen schneide ich sie jetzt nur kurz an, damit du weißt, was da noch kommen kann. Punkt 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 1 ist, das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, viele Seelen exkarnieren derzeit und es ist im persönlichen Feld oft sehr hart und traurig, auch weil es plötzlich und unerwartet oft kommt. Und jetzt ist es ganz wichtig, auch diese Ereignisse aus der Metaperspektive zu sehen und darauf werde ich in einem weiteren Podcast eingehen, auch verbunden mit Tipps, was du tun kannst, wie du damit umgehen kannst und wie du auch noch mal Kontakt aufnehmen kannst. Der zweite Punkt ist, dass Beziehungen überpersönlicher werden, das heißt, sie kommen viel mehr auf die Seelenebene und das heißt, vielleicht haben wir uns vorher noch nicht mal gekannt, aber auf Seelenebene kennen wir uns vielleicht schon aus vielen Inkarnationen und das bringt uns ganz andere Energien ins Feld und auch natürlich ins Umfeld oft auch ganz plötzlich, sodass es uns auch zeitweise ganz schön durcheinander wirbeln kann. Und je bewusster wir uns da jetzt einstellen und alles eben auch wahrnehmen und angehen, umso klarer sind wir jederzeit in unserer Kraft. Da werde ich auch noch ausführlich was dazu machen. Und dann hatte ich euch ja versprochen, einen Podcast zu den Unternehmen der neuen Zeit und der kommt dann auch passend zu den Rückenwind Energien in den nächsten Wochen. Ja und abschließend Du bist Liebe. Bei allem, was gerade so los ist, ist eins immer übergeordnet. Wir alle sind in einem großartigen Prozess, sind diejenigen, die sich hier bewusst entschieden und inkarniert haben, um diesen Wandel mitzuerleben. Manche eher beobachtend, andere ganz aktiv, ganz egal. Jeder ist richtig, genau da, wo er ist. Jeder ist auf seinem Weg, in seinem Prozess. Keiner von uns ist höher, schneller, weiter, besser oder gar geliebter. Wir sind alle aus der Liebe gekommen und wir werden, wenn wir alles erlebt haben, was wir erleben wollen, wieder in dieser Liebe sein. In Wahrheit sind wir diese Liebe immer, wir können gar nie getrennt davon sein. Auch wenn wir uns teilweise als Meister der Illusion dafür entscheiden, uns getrennt davon zu erfahren, aber das ist was anderes. Wir können gar nie getrennt davon sein. Keine einzige Sekunde. Und wenn du möchtest, dann geh doch jetzt einen Moment in dich. Lege vielleicht eine oder beide Hände auf dein Herz Chakra. Atme dich so in dein Herz Raum hinein, in deine inneren Bilder, in deine innere Welt und nimm den Moment wahr, wie du irgendwann einst aus der Liebe, aus der reinen Liebe, aus dem reinen Bewusstsein der Quelle auf deine Reise gegangen bist. voller Freude das ganze Universum erobernd, zusammen mit vielen anderen Lichtern und wie ihr euch alle in unzähligen Welten, Ebenen und Dimensionen erfahren dürft, wie auf einem gigantischen multidimensionalen Spielplatz. Aber in Wahrheit ist dieser Spielplatz innerhalb der Quelle, die du niemals verlassen hast. Du bist immer behütet und beschützt. Und im Grunde kann dir auch gar nie irgendetwas passieren. Und sobald du das erkennst, dann erkennst du die Illusion, das Spiel und dich als das, was du bist. Reine Liebe. Danke, dass du diese Liebe in unsere Welt trägst. Danke, dass du Liebe bist. Bis bald. Wir sehen uns. a two a a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020